Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich digitales Unternehmertum mit deinem Moderator Joel Kaczmarek. Los geht's. Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute habe ich mit dem lieben Philipp Mierschwa den Gründer von Stur am Start. Da ist er natürlich auch Geschäftsführer und vielleicht hast du davon schon mal gehört, das ist so ein Online-Phänomen, die Jungs und Mädels verkaufen vor allem Fun. Und ich habe meine gute Freundin Vivian Bisocki gefragt, wen findest du cool als junge Gründerin, welches Startup soll ich einladen, die gesagt, stur, unbedingt, sofort, go for it, die verkaufen mehr Fun, als wir uns vorstellen können. Da habe ich gedacht, okay, das schaue ich mir doch mal an. Von daher, heute mal ein spannendes, junges Startup, was eine, finde ich ja, wirklich alteingesessene Industrie sozusagen aufrüttelt. Da bin ich mal gespannt, was da so los ist. Von daher, lieber Philipp, moin moin, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Was ist deine History eigentlich? Hast du irgendwie, warst du gelernter Koch oder sowas? Wie bist du zum Thema gekommen? Nee, gar nicht. Also ich glaube, was typisch ist, ist dieser Foodbezug und dass man gerne kocht, was auf jeden Fall familiär bedingt ist. Also meine Oma, meine Mama sind ganz talentierte Köchinnen und so wurde ich von klein auf da schon auch mit einbezogen. Und eigentlich, als ich meinen Co-Founder Simon kennengelernt habe in Würzburg, wo wir das gemeinsame Studium in E-Commerce begonnen haben, da sind wir noch ein bisschen tiefer eingestiegen. Und der hat mich da so herangeführt und ja, so kam eins zum anderen. Ich kann mir das richtig vorstellen, der Name ist ja wahrscheinlich, also ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, polnisch. So polnische Mamas, die können ja wirklich noch kochen, ne? Bei uns, ich weiß ja nicht, also bei uns Deutschen, in der jetzigen Generation, also ich glaube, unsere Kinder, die kommen da nicht mehr so in den Genuss. Das ist dann eher so Lieferando oder Volk und so. Aber cool, okay. Und dann, also ihr habt euch beide kennengelernt im Studium, wo ihr sozusagen gemeinsam E-Commerce studiert habt, oder wie? Genau, richtig. Also wir haben E-Commerce studiert und hatten beide schon ein bisschen Erfahrung mit dem Thema Affiliate-Webseiten bauen und wir wollten Geld verdienen. Also das Ziel war Unabhängigkeit, Freiraum, um irgendwie in den Semesterferien verreisen zu können und Simon war zuvor in so einer kleinen Agentur, wo so Test-Affiliate-Webseiten gebaut wurden, also wo Produkte getestet wurden und ich habe da auch mal eine ersten eigenen Versuche gemacht und dann kam eins zum anderen und wir haben gesagt, okay, lass uns doch mal was versuchen und wir haben die ersten Webseiten gebaut und die waren zum Thema Kochen, also es ging um Box und Bratpfannen. Wir haben einfach so Analysen, Recherchen gemacht, was denn so Themen sind, die nachgefragt werden und dieser Bezug zu unserer persönlichen Passion hat ganz gut gepasst und dann haben wir gesagt, okay, das probieren wir mal. Crazy. Ihr wollt Geld verdienen und seid in E-Commerce gegangen. Herzlichen Glückwunsch. Okay, gesucht, gefunden. Wie kamt ihr auf den Namen? Warum heißt das Ding Stur? Tatsächlich, weil wir uns in den Kopf gesetzt haben, dass die Pfanne für immer halten soll, also der Weg zwischen Affiliate-Business und Stur war ein bisschen längerer, also wir haben dann eine Website gebaut, die hieß Pfannenhelden, das erzähle ich vielleicht nochmal ganz kurz, dann ergibt alles ein bisschen mehr Sinn. Also wir haben, als wir angefangen haben, hatten wir nicht so ein klares Ziel vor Augen, haben einfach ein bisschen Produkte getestet, haben die Leute in Online-Shops geschickt, dann eine Provision verdient und das war ganz cool, weil wir innerhalb von ein paar Monaten irgendwie genug Geld als Studenten hatten, um eben diese Reisen machen zu können und irgendwie ein ganz gutes Leben zu leben. Und das Ganze war aber nicht so super erfüllend und dann kamen wir eben auf die Idee, okay, warte mal, wir könnten das Ganze noch ein bisschen wissenschaftlicher, ein bisschen ernster aufziehen, eine verlässliche Quelle bauen und das war Pfannenhelden.de, also auch mit diesem persönlichen Bezug. Da kamen wir auf das Thema Eisenpfannen und haben festgestellt, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Produkt, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, hat aber in der Profiküche super viel Anwendung, bietet richtig gute Bratergebnisse, ist super langlebig, weil die häufig aus einem Stück gefertigt werden und eigentlich gar nicht kaputt gehen können. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Stur, wir haben uns in den Kopf gesetzt, wir wollen unbedingt in Deutschland produzieren, wir wollen eine Pfanne machen, die für 100 Jahre hält und das war so die Übersetzung dafür, dass die Pfanne sich nicht verbiegt und niemals kaputt gehen kann. Hol mich mal ab, was sind so die Vorteile, warum die ganzen Sterneköche alle gusseiserne Pfannen nehmen? Die sind ja so arschwer, das macht sie für mich immer so unattraktiv, aber warum benutzen die, was ist an denen so gut? Was die so besonders macht, ist, dass die, wenn sie eingebrannt sind, also ein bisschen länger in Benutzung sind, dann bildet sich da so eine Patina, also so eine natürliche Antihaftschicht und du hast im Prinzip unsere Kunden und Kundinnen sagen Teflon ohne Teflon, so. Also man hat einen sehr starken, sehr guten Antihaft-Effekt, sodass nichts kleben bleibt, ohne eine künstliche Beschichtung. Das ist so einer der großen Faktoren, aber auch eine sehr gute Wärmespeicherung. Also du musst dir vorstellen, du legst was in die Pfanne, die Temperatur geht runter, es köchelt so vor sich hin und es wird dann nicht lecker, weil du nicht diese Röstaromen hast, diese Bräunung, die entsteht. Und das funktioniert in Gusseisenpfannen sehr gut. Also die Hitze durch das Gewicht, was du jetzt als Nachteil empfunden hast, wird aber sehr viel Wärme gespeichert und die Kochergebnisse werden besser. Und das ist tatsächlich eins der Probleme, das wir gelöst haben. Also wir haben sie leichter gemacht als traditionelle Modelle. Das ist einer unserer USPs. Ich habe gerade so Trapper vor Augen, die irgendwie damals so zum Goldrausch sich so hier irgendwie ihre Bohnen, Mais auf solchen Dingern noch gebraten haben. Was macht euch denn sozusagen unique? Also was ist denn bei euch anders als sonst bei solchen Pfannen? Was ist ja wirklich ein hunderte Jahre altes Produkt? Genau. Also wir wollen das Ganze so in die moderne Zeit überführen. Also diese Nachbearbeitung, die wir machen, ist ziemlich unique. Also wir nehmen das natürlich gegossene Produkt in der rohen Form und bearbeiten das nach, sowohl von unten als auch innen. Also es wird unten glatter, damit du deinen Induktionsherd nicht verkratzt oder deinen Glaskeramikherd. Und innen, um die Oberfläche sanfter zu machen, also diesen Antihafteffekt zu erzeugen, weil die Reinigung deutlich schwerer ist, wenn die rau sind in dieser traditionellen Form. Also das ist einer der USPs. Wir haben uns im Prinzip hingesetzt und überlegt, wie müsste das Produkt aussehen, damit es einsteigerfreundlich ist. Weil eben die Leute kennen das als traditionelles Produkt, was eben mit Fleisch und Feuer verbunden wird. Und wir wollen das eigentlich in eine moderne, vegetarische oder flexitarische Küche bringen und die Vielfältigkeit zeigen. Wir können ja mal ein bisschen schon über Wettbewerb reden. Ich finde, das Erste, woran man denkt, wenn man an Gusseisen denkt, ist Le Creuset. Warum kaufe ich euch und nicht Le Creuset? Le Creuset ist cool, hat gute Designs. Es gibt noch einen kleinen Unterschied. Die beschichten ihre Pfannen mit Emile. Also das ist so eine Keramikbeschichtung. Die sind ein bisschen empfindlicher. Unsere Pfannen sind tatsächlich unbeschichtet. Das heißt, du kannst mit Metallbesteck reingehen. Wir haben zum Beispiel so einen Pfannenwender, der so eine hauchdöne Kante hat aus Edelstahl. Und es macht mega Spaß, den zu benutzen, zusammen in der Kombi mit der Pfanne. Und unsere Pfanne ist auch hitzeresistenter. Also kann auch auf offenem Feuer und auf dem Grill benutzt werden. Das würdest du jetzt mit deinem feinen Le Creuset-Kochgeschirr zum Beispiel nicht machen. Ja, ich habe so ein Faible für Pfannenwender. Hättest du dir mal einen mitbringen können, aber nein. Hol mir nach. Hol mir nach. Ich schicke euch sehr gerne welche. Ein Pfannenwender, bitte. Ich kam leider nicht aus dem Büro. Okay, verstanden. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen undankbar, wenn man zu fragen, also es gibt auch irgendwie 20 unterschiedliche Autohersteller. Fair enough hat man ja auch vielleicht so ein bisschen sein Faible für manche Produkte. Aber ist das so eine Denkrichtung, in die ihr schaut? Weil Le Creuset macht ja auch ganz viele so Sachen in so kleinen Schälchen. Also da hast du gerne mal so, ich weiß nicht, so eine, wie sagt man denn, so eine, wo du sonst eine Lasagne drin machen würdest. Wie heißen die? Aufbackform. Auflaufform, ja. Also ist das so, was bei euch auch als nächstes kommt? Denkt ihr in diese Dimensionen? Weil bisher gibt es bei euch, glaube ich, nur in Anführungsstrichen Pfannen, ne? Genau. Also wir sind da sehr nah an der Community dran. Das ist so auch einer der großen Pfeiler unserer Marke. Und wir entwickeln im Prinzip alles mit denen. Also sehr, sehr customer-centric und wonach die fragen. Also wir sehen uns als Kuratoren und Kuratorinnen. Um deine Frage zu beantworten, solche Sachen sind später geplant. Also unser Fokus ist jetzt erstmal wirklich auf so einer Küchengrundausstattung. Also eben, wir haben jetzt eine Pfanne gemacht, machen jetzt einen Topf, der auch aus Gusseisen ist, können uns auch vorstellen, mal das eine Messer zu machen. Also wir sehen uns eigentlich, was wir geschafft haben mit dieser Pfanne, ist die eine Pfanne zu machen, die für 90, 95 Prozent der Anwendungsfälle extrem gut funktioniert. Und das ist eigentlich der Pitch. Und wenn wir jetzt ein Messer machen würden, es gibt Firmen, die verkaufen ihren Messerblock mit 13 Messern, aber jeder Koch, jede Profiköchin wird dir sagen, du brauchst ein großes oder ein kleines Messer und das reicht dir eigentlich. Und unser Ansatz mit Stur wäre, wir machen das in einem richtig geilen Design, stellen es lokal her in bester Qualität und schaffen so das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für dich. Was kostet eigentlich so eine Pfanne von euch? Wir haben jetzt aktuell drei Größen, die variieren zwischen 150, 170 und 190 Euro. Okay, ist das marktüblich, mal blöd gefragt für sowas? Also wir befinden uns da schon im Premium-Markt. Du hattest Le Creuset angesprochen, damit sind wir vergleichbar, würde ich sagen. Aber gerade durch die Herstellung in Deutschland sind auch unsere Produktionskosten entsprechend höher. Also Le Creuset produziert in Frankreich. Es gibt noch Skepschult aus Schweden zum Beispiel. Also wir ordnen uns da ganz gut ein. Und bei euch wird es wahrscheinlich niemals vorkommen, dass ihr mal über eine Teflon-Pfanne nachdenkt? Also wir haben tatsächlich auf Pfannenhelden früher Teflon-Pfannen empfohlen, tun es auch immer noch, aus dem Grund heraus, dass die einfach so beliebt sind. Also sie werden einfach nachgefragt und dann ist unser Gedanke dabei, also wir schaffen es sowieso nicht, alle Leute davon zu überzeugen. Wir sagen ihnen einfach, welche Teflon-Pfanne ist die beste, wenn sie eine Teflon-Pfanne möchten und bringen sie auf das Thema Gusseisenpfannen und bieten damit eine Alternative an. Ich finde ja, wo ihr einen Punkt habt, ich habe auf eurer Seite irgendwie gelesen, es ist euch keine Pfanne untergekommen, wo nicht die Beschichtung irgendwie abgegangen ist. Genau. Ich war hier in meinem Haus- und Hofladen am Kudamm, habe mir da irgendwie eine Pfanne gekauft und habe gesagt, guck mal, ist super geil, die kannst du auch wieder einschicken, die beschichten die neu. Ah ja, okay, nice. Und ich erinnere mich auch noch, zu Studentenzeiten gab es immer solche Pfannen, die hatten so rote Waben drauf und wenn sozusagen das Logo verschwunden war, wusstest du, die war so heiß, dann konntest du anfangen zu braten. Weil es gibt ja so Noobs wie mich, die dann denken, oh nee, jetzt ist das Fett wieder zu heiß, scheiße, oh nee, das ist noch nicht heiß genug. Also das ist, glaube ich, ein sehr gelerntes Produkt, aber okay, kein verstanden. Also Töpfe als nächstes, etc. pp. Habt ihr eigentlich so dieses klassische Social Game dann eigentlich auch am Start? Also seid ihr so diejenigen welchen, die dann irgendwie Influencern, Köchen und so das zuschicken und irgendwie immer fleißig Videos machen oder wie funktioniert so euer Vertrieb? Ja, also unser Vertrieb ist recht diversifiziert, also wir setzen so auf Performance-Kanäle wie Meta und Google. Wir haben eben noch die Blogs, die organischen Traffic reinbringen über die Google-Suchergebnisse. Also wir sind da sehr breit aufgestellt. Aber das Thema Social und Influencer oder Kooperationen wird auf jeden Fall immer größer. Also was wir machen ist, Leute, die interessiert sind und irgendwie passen könnten, denen schicken wir einfach die Produkte zum Ausprobieren und bekommen da auf jeden Fall immer sehr, sehr gutes Feedback. Und haben jetzt zum Beispiel auch hier in Berlin, wo wir ansässig sind, ganz viele Restaurants in dieser Casual Fine Dining Szene, die die ganz gerne benutzen. Also ich hatte das Thema über offenem Feuer angesprochen, da gibt es Ember OFC heißen die und die kochen nur über offenem Feuer. Und nutzen entsprechend dann auch super gerne unsere Pfanden. Wer benutzt die sonst noch so? Gibt es schöne Lokale, wo ich mich dann mal probisch schmecken kann? Also es gibt das Michelberger Hotel, weiß ich zum Beispiel, die haben welche im Einsatz. Das Barra oder auch Tim Raue. Also wir haben auch wirklich ein, zwei Sterne Köche. Wir haben zum Beispiel auch einen der wenigen drei Sterne Michelin Sterne Köche in München, den Jan Hartwig, der das Produkt von seinem Vater empfohlen bekommen hat. Also es ist eine super coole Story. Also wir werden tatsächlich ganz viel weiter empfohlen. Das ist auch ein sehr relevanter Kanal. Also sein Papa hat unsere Pfannen gehabt und meinte, du Jan, der ja ein ganz beliebter Koch ist und bekannter Koch ist, probiere die mal aus. Stuhl macht hier eine feine Sache und er hat die ausprobiert und hat dann auf Instagram gepostet in seine Story, dass es die beste Pfanne der Welt sei. Ohne jegliche Kooperation, ohne jegliche Bezahlung, einfach weil er so überzeugt ist. Und er hat irgendwie, letzter Stand, 110.000 Follower. Also sowas entsteht dann einfach mal, wenn man ein gutes Produkt macht. Neben einem Pfannenwender melde ich mich dann auch für eine Pfanne, beziehungsweise kann ich es ja kaufen. Aber krass, das ist ja super. Die kriegst du auch gerne so. Freue ich mich, danke. Das wollte ich hören. Nein, aber Spaß beiseite. Das ist ja aber natürlich cool, wenn man so eine Grassroot-mäßige Bewegung da irgendwie hinkriegt, weil das macht es ja irgendwie stark. Kannst du sagen, wie viele Pfannen ihr eigentlich verkauft so pro Monat? Also es variiert sehr stark nach Saisonalität. Also gerade das Wintergeschäft, das Vorweihnachtsgeschäft ist sehr, sehr stark bei uns. Also ich sag mal ein paar Tausend im Monat. Das ist die größte Ordnung. Und wo fertigt ihr die, wenn du sagst, ihr macht das in Deutschland? Habt ihr da sozusagen eine Company, die ihr beauftragt habt oder habt ihr Leute angestellt, die die herstellen? Also das ist nochmal ein ganz guter Reminder an den Namen Stuhl. Es war nämlich gar nicht so einfach, das aufzubauen. Also wir haben, am Anfang waren wir ja eben einfach nur zwei Blogger, die diese Pfannenhelden, diese Website gemacht haben und eigentlich keine Ahnung davon hatten. Wir dachten eigentlich, okay, wir suchen uns jetzt hier einen Hersteller, der sowas machen kann, sagen, so soll das aussehen und dann geht's los. Und der ganze Weg dahin war ganz schön steinig und schwer und wir haben zusammen mit dem Hersteller das komplett neu aufgebaut. Also wir haben in Rheinland-Pfalz einen Automobilzulieferer gefunden, der, ja, eigentlich eine ziemlich große Company, die aber eben recht langweilige, sag ich mal, Maschinenbauteile macht. Also die, die irgendwo verschwinden und verbaut werden und nicht wirklich nach außen vorzeigbar sind. Und die fanden das Projekt mega cool, weil das jetzt am Anfang zumindest jetzt nicht besonders umsatzrelevant für die war, aber einfach ein Produkt, was man Kunden, Kundinnen, Partnern und so weiter in die Hand drücken kann. Und dann haben die sich darauf eingelassen und wir haben, glaube ich, im Prozess festgestellt, es ist viel aufwendiger, als beide Seiten dachten. Also die Ansprüche, die wir hatten an Verarbeitungsqualität, an die Wandstärken des Produkts, also wir bewegen uns, um das Gewicht eben zu optimieren, auf einem sehr niedrigen Level. Also die sind sehr dünn, wir haben so den Sweetspot gesucht aus Hitzespeicherung, aber eben leicht genug in der Handhabung. Ja, haben dann einen ganz guten Partner gefunden und nach so ein paar Monaten hat das dann auch tatsächlich funktioniert. Ich kenne mich da gar nicht mit aus. Wie wird sowas hergestellt? Also holt man sich da so Eisenerze, die werden eingeschmolzen, dann wird es in Form gegossen? Stell ich mir das so vor oder wie fertigt man so eine Pfanne? Ja, genau. Also in ganz simpler Form, du hast so eine Negativform aus Sand. Also musst dir vorstellen, du hast ein Modell, daran wird Sand abgedrückt, die wird auseinandergezogen und dann wird so eine Eisenmischung angerührt und erhitzt. Und wie bei so einem Rezept eigentlich, also wie bei einem Kochrezept, wird immer wieder ein bisschen was nachgeschüttet und so weiter, damit man dann die perfekte Mischung hat. Und dann wird es von oben reingegossen und ja, kühlt dann aus. Und dann folgen aber natürlich noch ganz viele Nachbearbeitungsschritte, um das Produkt dann wirklich edel zu machen und funktional. Kann man sowas eigentlich recyceln? Also könntet ihr jetzt hingehen und könntet sagen, wer noch alte Gusseise schmiedende Pfanne, schickt die uns und wir machen da neue draus oder geht das nicht? Ja doch, genau. Tatsächlich das. Also wir haben mit dieser Gusseisenpfanne, das war eben auch eine der Ideen, die wir von Anfang an hatten, ein zirkuläres Produkt. Also du kannst das Ding nehmen. Es passiert sehr selten, weil wir geben 50 Jahre Garantie und die Dinger halten auch einfach ein Leben lang. Also wir haben Modelle, die über 100 Jahre alt sind und immer noch gut funktionieren. Also, aber um den Leuten die Sicherheit zu geben, geben wir diese Garantie und die halten wir auch ein. Wir können alte Pfannen auch zurücknehmen und die wieder einschmelzen, aber bisher ist es noch nicht so ein relevantes Thema. Da musst du so eine Marketingaktion draus machen. Schickt uns eure Le Creuset Pfannen, wenn ihr mal was ordentliches haben wollt. Wir gießen die euch in eine Sturpfanne. Da wird es schon wieder schwer, weil die natürlich, die haben das Gusseisen und diese Emaillebeschichtung, genau. Und das kriegst du nicht mehr auseinander. Aber das ist eben ein wichtiger Punkt für uns. Also wir sehen Nachhaltigkeit sehr weit oben in unseren Werten und versuchen das bei allen Produktentwicklungen mitzudenken. Das ist auch noch ein Spaß. Le Creuset macht ja schöne Sachen. Man darf ja nebeneinander bestehen. Marktbegleiter heißt es ja so immer. Wir haben uns früher noch gehasst, als ich noch Startups gemacht habe. Da war man noch befeindet. Cool. Aber wie ist es sonst so? Also merkst du, dass ihr sozusagen so eine ganz spezifische Zielgruppe und Fanboys und Fangirls habt? Oder werdet ihr so auf die typischen Sachen gebenchmarkt? Also bist du dann so in einem Rennen mit irgendwie mit WMF, mit Tefal, mit Zwilling, mit Le Creuset? Seid ihr in diesem Wettbewerb oder ist es mehr so, dass ihr auf Social, sage ich mal, so eine Community aufbaut, da Sog erzeugt und dann sind die eigentlich Fans von euch? Beides so ein bisschen wahrscheinlich. Also natürlich, wenn man es klassisch betrachtet, sind die irgendwie Wettbewerber von uns und da guckt man drauf. Aber wir wollen eigentlich außer Konkurrenz spielen. Wir wollen so coole Produkte machen und so eine coole Marke schaffen, dass die Leute da einfach Lust drauf haben und eher diese Social Games spielen und eben in den richtigen Restaurants sein, die Marke emotional aufladen und ja richtig Lust drauf machen. Also wir saßen vor ein paar Monaten zusammen und haben nochmal unseren Purpose überdacht und überarbeitet und sind dann drauf gekommen, dass der lauten sollte, jetzt kommt's, inspiring food enthusiasts to try new things. Also wir wollen Leute dazu inspirieren, essensbegeisterte Menschen, neue Sachen auszuprobieren. Also wir sehen uns gar nicht unbedingt jetzt als die Firma, die jetzt nur Gusseisenpfannen macht, sondern wir wollen eine richtig coole Basic Küchenausstattung machen, also dass du richtig gute Produkte hast. Wir wollen aber auch dazu inspirieren, einfach Neues auszuprobieren, zum Beispiel dein eigenes Gemüse zu fermentieren oder mal Pilze sammeln zu gehen oder ein Olivenöl-Tasting zu machen. Also solche Sachen spielen da mit rein. Ich habe immer zu einem Freund gesagt, dass ich mal drüber nachgedacht habe, eine Seite zu bauen, die The One heißt und du kannst so teilen, was ist dein The One Item in der Kategorie X. Also du kannst zum Beispiel sagen, mein The One Rasierer ist von der und der Firma, meine The One Pfanne ist von Stur und ich finde, wenn ich jetzt so über euer Modell nachdenke, in so einer Dimension zu denken, dass ihr sagt, es gibt nicht 20, 30, 40 Modelle, weil das passiert ja ganz schnell. Also wenn du in so die genannten Wettbewerber gehst, die ich gerade genannt habe, da habe ich den Eindruck, da gibt es irgendwie 20 Größen und dann gibt es Beschichtungsstufe A, B, C, D, E. Die zeigt dir noch an, wie warm die Pfanne ist. Hier kannst du noch irgendwie auf der Blockchain dein Steak sozusagen anmelden. Aber wenn man sagt, ihr habt so eine Pfanne, einen Topf, einen Aufguss, Dingsterbumster, hier ein, schon wieder vergessen, Lasagne-Teil, das finde ich ja total plausibel. Und dann sozusagen Hokus-Pokus, keep the focus, ist ja total nice. Ja, ich meine, mit der Zeit wird natürlich das Produktportfolio auch ein bisschen breiter. Also wir haben eben mit der einen Pfanne gestartet, beziehungsweise zwei Größen. Jetzt kommen die Leute und sagen, mach doch nochmal eine kleinere, eine bisschen größere. Also ein bisschen in die Breite gehen kann man schon, aber eigentlich hast du es ganz gut zusammengefasst. Also unser Anspruch ist immer, oder unsere Überlegung ist immer, wie können wir das eine Beste machen, the one. Also kann ich nur supporten, vielleicht sollten wir dir eine Idee klauen. Bedien dich. Danke. Also ich überlege gerade, wie ihr Marketing macht, weil mir fallen so viele Sachen ein, wenn man an Pfannen denkt auch. Also ich denke zum Beispiel, kennst du doch früher diese Fernsehwerbung mit, während Villaribo noch schrubbt, ist Villabach auch schon fertig oder so? Kennst du das noch von Priehen? Nee, kenn ich nicht, ehrlich gesagt. Echt nicht? Nee. Da hast du so zwei Dörfer gehabt, die haben Paella gekocht in so einer riesigen Pfanne. Also die war so groß wie irgendwie so ein Tisch oder so, oder zwei Autos. Und dann hat der eine halt so ein Billigspülmittel genommen, der andere hat Priel genommen. Dann haben die so, ja, während Villaribo noch schrubbt, kann Villabach auch schon wieder Party machen. Von daher, also dann schicke ich dir mal einen Werbespot. Aber das immer als Überleitung, was macht ihr denn so in Sachen Marketing? Also in welchen Dimensionen denkt ihr denn? Du hast jetzt schon gesagt, okay, ein bisschen Meta, ein bisschen Google-Stuff, aber das ist ja die Scheiße, die jeder machen muss und wo die Kanäle zuwachsen. Was sind denn so die, sag ich mal, erfolgsversprechendsten für euch? Ja, also tatsächlich glaube ich, dass wir eben mehr Content machen müssen. Also ich sehe für uns einen YouTube-Kanal, wo wir zum Beispiel eben in solche Restaurants gehen, die ich genannt habe und einfach mal zeigen, wie wird da gekocht, welche Tricks gibt es und was kann man da lernen, was kann man da mitnehmen. Also ich glaube, dieses Thema Behind the Scenes ist einfach ein sehr großes, mal so kanalunabhängig und das kann man dann natürlich entsprechend runterbrechen. Aber ich glaube, das Thema Content, das steckt komplett noch in den Kinderschuhen bei uns. Also das funktioniert jetzt eben durch externe Partner, wir machen natürlich auch selber ein bisschen Social, aber sind gerade tatsächlich auch auf der Suche nach einem Online-Marketing-Lead, also einer Person, die das Ganze nochmal in die Hand nimmt, weil das gerade zwischen mir, meinem Co-Founder Simon und Bibi aus unserem Team, unserer E-Mail-Marketerin aufgeteilt ist. Und wir merken gerade, wir sind jetzt an den Punkt gekommen als Startup, wo das ganz gut funktioniert hat, also wo wir quasi so den, wie man im Marketing-Sprech sagt, bottom of the funnel abgreift, eben durch Performance-Kanäle und ja, so typische Anzeigen. Aber ich glaube, wir müssen oben den Topf noch ein bisschen vergrößern und coole Geschichten erzählen. Wie habt ihr die ganze Party eigentlich bezahlt? Habt ihr da euren Partner gefunden, die haben gesagt, komm, wir gehen mal gemeinsam ins Risiko oder habt ihr Investoren? Wie habt ihr das finanziert? Stimmt, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, die schönen Zahlen-Themen. Ich habe mich hingesetzt und bei uns ist dieser Wunsch entstanden, wir wollen ein eigenes Produkt machen, ein physisches Produkt. Weil diese Affiliate-Webseiten immer, wenn Leute gefragt haben, was macht ihr denn da eigentlich? Ja, wir haben da so Webseiten, wir testen Produkte, wir verdienen da irgendwie ein bisschen Geld, aber es war überhaupt nicht greifbar. Und dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, okay, was wäre denn das, was irgendwie super langlebig ist, wo wir stolz drauf wären, wo man irgendwie was macht für die Ewigkeit, was noch so über uns hinauswächst. Und sind dann eben auf dieses Thema Eisenpfanne, Gusseisenpfanne gekommen, weil wir das Produkt cool fanden. Und dann haben wir uns angeguckt, okay, wie könnten wir das launchen, weil Geld hatten wir nicht. Also wir hatten Geld, um so ein bisschen über die Runden zu kommen, aber nicht, um jetzt hier in Maschinen und Werkzeuge und in den großen Launch zu investieren und die Produktion vorzufinanzieren. Und haben in den USA gesehen, dass es da eine junge Gusseisenmarke gab, also ein sehr vergleichbares Projekt. Und die haben auf Crowdfunding, also auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter, die sehr bekannt ist, über eine Million US-Dollar eingesammelt an Vorbestellungen für ihr Produkt. Und wir dachten uns, warte mal, also wir sind total überzeugt von dem Produkt, wir wollen auch sowas machen und wir haben die besten mit dem Blog, die besten Voraussetzungen für sowas. Und haben eigentlich von Anfang an gesagt, okay, wenn wir das machen, wollen wir eigentlich kein externes Geld aufnehmen, sondern wir wollen die Community mit einbinden, mit denen so eine Crowdfunding-Kampagne aufziehen. Und das war eigentlich so von Anfang an das Ziel. Und fast forward eineinhalb Jahre, die erste Pandemiewelle dazwischen, hatten wir eine Community von knapp 25.000 Leuten, die wir in unseren Newsletter reinbekommen haben, über den Blog, über Social Postings, also diese Themen. Und die haben die ganze Produktentwicklung mit begleitet. Also die waren sehr, sehr involviert in den Designentscheidungen und wie das Produkt aussehen soll am Ende. Und das war dann am Ende auch das Erfolgsgeheimnis, wie wir 1,25 Millionen Euro in 30 Tagen eingesammelt haben und damit die drittgrößte deutsche Kickstarter-Kampagne jemals gemacht haben. Crazy, weil ich wollte gerade sagen, eine Million ist natürlich für US-Größe, so das relativiert sich ja auf deutscher Ebene. Die habt ihr sogar noch getoppt, ja? Ja, nicht ganz. Also die haben glaube ich, ach jetzt sind wir in den Zahlen, 1,4 oder sowas genau, aber dann in US-Dollar wie 1,25 in Euro. Also in US-Dollar umgerechnet fast identisch, also so bei eineinhalb Millionen irgendwie. Und dabei soll es auch bleiben, dass keine Investoren zu euch kommen? Wir waren tatsächlich dann kurze Zeit später nach diesem Crowdfunding-Erfolg, wurden wir angefragt von Sony für die Höhle der Löwen. Also wir wurden dort eingeladen und waren in der Sendung und haben drei Angebote bekommen von fünf Löwen, Löwinnen. Und hatten aber den Luxus, dass wir gerade diese riesige Crowdfunding-Summe eingesammelt hatten und ja, eigentlich erstmal die Produktion zum Laufen bekommen sollten. Also hätten wir jetzt mehr Geld eingenommen, muss man sagen, hätten wir gar nicht so richtig gewusst, was wir damit machen sollen. Und wir haben gesagt, okay, warte, nochmal hingesetzt und überlegt, wenn wir da jetzt jemanden finden, der oder die uns strategisch unterstützen kann, dann würde es total Sinn ergeben, weil wir als Unternehmer haben wir jetzt noch nicht die super große Erfahrung. Aber auf das Geld waren wir nicht angewiesen. Und dann sind wir mit einem recht bolden Angebot da reingegangen und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt hier unsere Konditionen kriegen, dann machen wir das. Und ansonsten nicht, um es kurz zu machen. Wir haben dann ein bisschen verhandelt. Unser Angebot wurde dort halbiert bzw. gedrittelt. Und dann haben wir gesagt, nee, das können wir leider nicht machen. Und genau, dann haben die auch entsprechend alle abgesagt. Und im Nachgang muss ich sagen, jetzt sind nochmal zwei Jahre vergangen, ein bisschen mehr als zwei Jahre seitdem. Und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Also wir wollen durch die Community wachsen. Wir können uns weiterhin vorstellen, so Vorverkäufe zu machen, wo wir dann die Produkte ein bisschen discounten und unsere Stammkundschaft bevorzugen oder denen ein gutes Angebot geben. und da möglichst nah dran zu bleiben. Also wir sehen uns wirklich als Community-Marke. Ja, aber du hast das schlau gemacht. Hast du die Reichweite von da mitgenommen, die Bekanntheit und gleich mal gezeigt hier, ich weiß, was ich kann. Das ist doch nice. Hatte auf jeden Fall einen ganz schönen Effekt, ja. Crazy. Na, da haben wir so die üblichen Verdächtigen durch. Was ist denn so deine, insgesamt deine Vision? Also was habt ihr euch noch so vorgenommen für die nächsten Jahre? Also wir haben richtig Lust, hier selber dazuzulernen und eine Marke eben in diesem Produkt und Interior Space aufzubauen. Also ich bin bei uns für das Produkt und für die Marke verantwortlich, während Simon so das Thema Finance Operations, die die Sachen im Hintergrund macht. Und ich bin jetzt im Juni in Kopenhagen bei den Three Days of Design. Also wir wollen uns noch viel stärker in dieser Richtung positionieren. Und eben die Community stärker einbinden, habe ich ja jetzt schon gesagt. Wir wollen coole ästhetische Produkte machen. Also der Designanspruch spielt eine sehr große Rolle bei uns. Und so nach und nach sinnvolle Produkte machen, die dein Kocherlebnis in der Küche besser machen. Also wir wollen nicht einfach nur irgendwelche Produkte aus China einkaufen oder unser Label drauf machen, sondern wirklich innovativ sein. Was ist denn der kleinste gemeinsame Nenner, der immer gegeben sein muss? Also ist es das Thema Gusseisen oder ist es das Thema gefertigt in Deutschland oder ist es das Thema Küche oder weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist eine sehr spannende Frage, weil wir da auch länger eben drüber nachgedacht haben. Und anfangs dachten wir, okay, es wäre zum Beispiel dieses gefertigt in Deutschland, aber stellen jetzt bei Produkten wie Glasdeckeln fest, okay, das kriegst du in Deutschland fast nicht gemacht oder zumindest nicht in der Form, wie du es haben willst. Also du hast nicht die Flexibilität. Textilien, wir haben eine Kochstütze gemacht, wir haben es dann in Deutschland hinbekommen, aber zu übertrieben hohen Kosten. Wenn du nach Griechenland oder Portugal gehst, die typischen Fertigungsländer für Textilien, hast du da viel bessere Karten. Also am Ende wollen wir smarte, durchdachte Produkte machen. Also wenn wir jetzt von dieser Küchenausstattung ausgehen, nochmal um auf das Thema Messer zurückzukommen, dann ist unser Anspruch, das in einer extrem hohen Qualität zu machen. Also es klingt immer so wischi waschi, wenn man das sagt, aber dieser Qualitätsanspruch zieht sich bei uns durch und durch. Das Thema Nachhaltigkeit, also wirklich zu überlegen, ist das Produkt zirkulär, können wir das machen, wie machen wir es langlebig? Also das ist eines unserer Kernelemente und das Thema Design. Also wirklich was zu machen, was auffällt, was außergewöhnlich ist und was du dir kaufst, wenn du Wert darauf legst, eine schöne Küche zu haben. Weil funktionale Sachen, die günstig sind, gibt es einfach massenhaft draußen und damit kann man sich nicht abheben. Also ich habe gerade gedacht, vielleicht sollst du dir wirklich so meinen The One Gedanken für die Küche gebe ich dir den abnehmen, weil wenn man sagen würde, von uns gibt es immer nur ein Item, meinetwegen in unterschiedlichen Größen. Aber wir haben ein Produkt Pfanne, ein Produkt Topf, ein Produkt Messer, ein Produkt Schneidebrett und das ist The One You Need. Du weißt, bei uns kannst du dich verlassen auf A, B, C, schickes Design, hochwertig, nachhaltig gefertigt, in der Regel in Deutschland oder wenigstens in Europa. Ich glaube, dann ist es schon ein ganz gutes Fund. Ja, nehme ich auf jeden Fall so mit und werde ich noch ein bisschen drauf rumdenken. Vielen Dank. Gut, wir reden über unsere Beteiligung nachher für den Moment. Lieber Philipp, wünsche euch ganz viel Erfolg. Finde ich toll, dass ihr sowas macht. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.